Na ja, zensier mich ruhig. Ich höre um diese Zensur. Jute, ich habe die Hute gefunden. Jute, Jute. Jute, Jute. Jute, 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 Jute. Jute, Jute, Jute. Jute, Jute, Jute. Jute, Jute, Jute. Aber zerlegt mal schön eure Fische. Jute, Jute, Jute. Jute, Jute, Jute. Jute, Jute. Jute, 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 Jute. Jute, 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 Jute. Jute, 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 Jute. Jute, 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 Jute. Wer ist denn das? Ja, Sarah. Oder? Weiß ich nicht. Ich hätte gedacht, dass sie unter Wasser ist, Sarah. Du schenkst mir ein. Ach, Dings ist auch ein Wehrwolf. Du weißt doch eh, dass du das nicht machen musst, weil ich eh den Fisch nicht kriege. Warum seid ihr alle Wehrwolf? Keiner sagt. Wehrwolf cool. Ich fühle mich gemobbt. Aber ja, das ist ein Deal. Jetzt bin ich noch mehr motiviert. Pass auf nachher. Du hast dich so in Arsche bissen, wenn ich das wirklich kriege. Wie bin Vampir. Wie jetzt. Alles klar. Daniel, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Wie der Charakter ist Vampir. Zeig mal. Steh mal auf. Mach mal deinen Skin weg. Das sieht man ja sonst gar nicht. Ach so. Wenn man das hält. Ja, jetzt zieht du. Warte. Ja, jetzt sehe ich das auch. Krass. Aber du bist schon weiter trainiert als Vampir, oder? Weil sie hat mehr Risse auf dem Körper als ich. Ich habe noch nicht so viele Risse. Ja, die ist schon tausend Jahre älter als du. Nein, ich habe... Meine hat noch nicht so viele Risse, aber ich bin auch gerade mal... Jetzt kommst du am Alter. Deswegen kriegt man die Risse. Oh nein, das ist bestimmt umso mächtiger du wirst. Ach, die sind Tattoos. Okay. Hast du nicht so eine komische... Ich habe so weit am Bauch hier so eine komische Adern da. Die sehe ich bei ihr nämlich gar nicht. Keine Ahnung. Ich würde ja sagen, zieh dich mal aus. Es ist nach 0 Uhr. Ihr könnt protografische Inhalte zeigen. Ach, das sind Tattoos. Das sieht aus wie... Ich habe mir gedacht, du bist schon ein sehr mächtiger Vampir. Also ich meinte, ihr müsst aufpassen, wenn ich dabei bin. Warum müssen wir aufpassen? So, nächster Spot. Ist gleich hier drüben. Ja, stimmt. Nee, hat die gleichen. Wieso müssen wir aufpassen? Weil dann auch Gegner bei sind für meinen Level. Ja, nee. Das wird für jeden runtertransferiert. Ich wollte gerade sagen, ja, ja. Ja, ja, man sieht es besser. Du hast die gleichen am Bauch wie ich irgendwie. Ich hätte gedacht, wenn man es trainiert, wären die mehr. Hätte ja sein können. Man, die eigentlich auf dem Rücken auch. Ich habe noch nie auf meinen Rücken geguckt. Aber es sieht so aus, ja. Wie das letzte Tropfen Blut, der durch den Körper fließt. Das kann doch nicht barbeln. Warte, ich komme doch neben dir und, ähm... Was meinst du mit deinem... So, Marc hat das wörtlich genommen mit dem Ausziehen oder was? Ja, der hat sich jetzt auch gezogen. Ach, wie er aussieht, äh... Teils, teils. Also, Marc, musst du mal gucken, der hat eine bessere Ausrüstung vorhin gehabt. Das sah wirklich aus wie eine Kapuze alles. Auch so dieses, dieses, so, dieses Fazir. Auch diese Mundmaske alles. Aber deine Brust, die sah aus wie dieses Drachensymbol von Mortal Kombat. Danke. Au! Alter! Was geht mit ihm? Der war da gar nicht... Keine Ahnung, was das für eine Rüstung ist. Nein, der war nicht ganz hinten. Der ist von da hierher gesprungen, ja, ja. Seht ihr euch hier ständig oben? Ich hab nichts so rum zu. Ich glaube, das Vieh ist gerade Buggy. Das will nicht... Aussehen, warte mal, warte mal, hatten wir nicht... Oh, das will einfach nicht totgehen, das Vieh gerade. Hat das Buggy gemacht. Reisekörperbemannung. Und stirbt doch endlich. Ich hab nur sowas Tolles hier. Der zuckt noch. Jetzt sehe ich wieder... Eher aus wie ein Magier. Aber unsere Gilden-Kleidung haben, ist ja eh klar, ne? Was unsere Gilden-Kleidung ist. Die ist ja die hier. Das ist unsere Gilden-Kleidung. Nein, da gibt's bestimmt noch besser. Nein, wir haben keine Gilden-Kleidung. Klar, Scharlach-Rote ist doch hier von denen. Da gibt's bestimmt noch bessere. Scharlach-Roten. Die noch besser aussehen. Ich hab halt nix, ne? Ich will mich auch umziehen können. So, weg. Aber ja, da wir eigentlich so heißen, passt hier Rüstung. Da hast du recht. Hm? Hä? Ja, natürlich passt das. Sie ziehen mir dann immer zu so... Seetal, ein buschiger Haufen. Jetzt hab ich den erst. Ja, aber was macht dieses Vieh hier, ne? Das rockt hier die ganze Zeit. Das tanzt. Das tanzt. Das tanzt. Das zuckt noch. Oder es ist jetzt, weil... Jetzt hast du gar keine Gilden mehr, weil wir nicht mehr mitangen. Ne, hat damit nicht so zu tun. Es ist ja trotzdem da. Aber hier hinten hinter... Das ist der nächste Spot, ja. Hier, ja, hier langt er, also, hier ist der hinter mir. Da ist noch ein Spot. Sechs Minuten, neul. Okay, fünf Minuten. Huiiii. 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 Wof, Head-On's? Wofür brauche ich denn ein End-On? Meinst du, damit ich sehen kann, was für Fische überall sind? Dafür brauche ich kein End-On. Äh, äh, Skorpion ist ja eigentlich nicht mehr da. Ja, eigentlich könntest du ihn ja mal aus der Gruppe raus machen, weil vielleicht zählt das dann wieder als vier. Ja, als vier. Okay. Vielleicht zählt das dann wieder als vier, Leute. Ach, Designs von Hut meinst du? Achso. Hab ich doch. Ich habe, äh, ich will gar nicht mehr machen. Ich habe, äh, dieses Pyramid-Dings da habe ich. Das reicht mir vollkommen. Ich habe mal so komplett Huiiii ausprobiert. Das ist, gefällt mir nicht so. Was denn? Schmeiß doch Skorpion aus der Gruppe, vielleicht. Ja, das kann sein, ja. Zählt jetzt wieder nicht, weißt du? Ja. Das kann gut sein, ja. Mal gucken. Ja, dann sind wir wenigstens. Ich habe Fragen nur, hätte ja sein können, dass ihr das nicht wisst. Ja, das ist gut. Aber die Nacktkampf. Oh, jetzt habe ich Fischmittel gekriegt. Zip, brauchst du mir doch nicht mehr zu geben. Da habe ich den großen Fisch. Ah, ne, Mittel habe ich. Du hast den großen, ne? Ich habe den großen und das viermal insgesamt. Vielleicht den mittleren, okay. Nacktcatchen, yeah. Weil bis ich nicht hier in meine erste Gilde war, wusste ich auch nur, dass es die gibt, aber nicht, wie man da drankommt. Au. Mann. Immer springen die mit an. Ja. So, ich kann ja schon mal gucken, wo noch Kubik ist. Jetzt fängt es wieder an hier. Wieder ein scheiß Fische. Erstmal gegen Troll, erst mal Faustkampf macht, Alter. Du wirst bald alt. Oh. Das werden wir alle mal. Der eine ist schneller, der am gespielten. Hier, wo ich bin, ist ein Spot. Ich habe auch noch. Ich habe noch einen Spot. Achso. Ne, hier ist auch einer, kannst du ja merken. Ja, sind genug. Am 35. werde ich schon 40. Ja, hast du schon mal erzählt. Wenn wir das Stream singen, wäre auch für dich ein Geburtstaglied. Wie alt ist denn Sarah überhaupt geworden? Das fragt man nicht. Ach ja, schuldige und das fragt man nicht. Unhöflich. Ja, wieso? Ich bin neugierig. Du musst es ja nicht öffentlich preisgeben, wenn sie es jetzt schreiben würde. Weil du ja immer alles laut vordiesen musst, dann würde ich sie es auch nicht schreiben. So, ich dachte, sie ist gleich offline gegangen. Was, die fragt mich nach meinem Alter. Ich muss weg. Ah, noch 20 Sekunden. Dann ist 1 Uhr. Oh, eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. So, genug trainiert. Jetzt bin ich wieder hin. Es gibt es doch einfach nicht. Ich kriege diesen blöden Fisch einfach nicht. Du kriegst ihn einfach nicht. Das ist doch nicht mehr normal. Seit drei verfuckte Stunden her. Einen einzigen Fisch. Oh, wer hat sich denn da umgeändert? Hat sich wieder... Hat einer seinen Avatar angepasst. Ja, sehr gut. Mit so einer kleinen Maske. Aus wie der Rippa. Der Rippa? Du meinst wie Michael Myers. Ja, das ist bestimmt Brian. Nein, das ist auch die Masse. Bestimmt Brian. Nein, Brian ist Caputo. Echt? Nein, das ist... Caputo ist Rüppel. Achso, ja, das kann sein. Da hast du recht. Weil... Ich und Rüppel den gleichen Jahrgang fast sind und wir... ...noch Pokémon kennen. Deswegen. Wie viele Fischdinger habe ich noch? Warte mal, mal gucken. Hätte ich jetzt noch 400 Fische, ne? Also wenn da kein Roggen rauskommt, da kommt auch kein Roggen raus. Das sag ich euch jetzt schon. Ich hab so ein Scheiß-Pech. Okay, noch vier Stück. Vier Stück habe ich noch, mal gucken. Für Schiebe ich echt jetzt nur noch vier Stück? Ja. Ich habe über 300 Köder schon verbraucht. Ja, und 600 haben wir gekriegt von den Typen, ne? Und ich hab noch... Ja, der wusste schon, warum er der 600 gibt. Ei. Das kann einfach nicht wahr sein. Also wenn das Hausboot ja nur so ein kleiner... ...Einraumfleck ist, Alter, dann... ...schreibe ich an per Tester, dass die eine richtig große Klatsche haben. Du hast halt einfach keinen Glück. Das war jetzt dein 12-Stunden-Squieb. 12 Stunden angeln. 12 Stunden angeln. Ich schlach dann dabei. Das Ayute sagt, Alter, fick dich doch. Aber eine goldene Dings-Prune gekriegt. Brauche ich ja sowas von. So, ja. 400 Fische haben wir jetzt. Ja, ich habe keine mehr. Ja, das war es jetzt. Warte, ich kann doch mal gucken, ob ich noch welche habe. Ne. Das war es. Keine Köder mehr. Ne, ich habe hier auch keine gesammelt, ne? Du wirst also da welche sammeln. Krass, ey. Was mit WTS, Perfekter Rock und 23k, okay. Oh. Dann wird man angeschrieben, okay. Danke dir. Jetzt geht es weiter die nächsten zwei Stunden. Wie fahrt es dir jetzt gegeben? 200. Das reicht wieder für eine Stunde angeln. Wie sehe ich denn beim Handeln, ob der mir Geld gibt? Weiß ich gar nicht. Wenn du das Zeug reinpackst und wartest, dann packt er das Geld rein und dann macht ihr beide ein Angebot rein. Stimmt, hier unten ist ja Geldmenü. Was, das stimmt. Aber weißt, was dran scheiße ist? Bin der Älteste von meinen Geschwistern und Cousins und Cousinen. Wieso ist das scheiße? Ist doch nicht schlimm. Gibt es schlimmeres. Kann man einfach draufdrücken, echt? Ah. Man kann einfach... Ah, alles klar, okay, gut. Ist gut. So, Spot is ready. Was ist hier? Hier ist Plus. Hier ist Brackwasser. Die kann man doch nicht mal irgendwas anderes sammeln. Hier ist einfach nichts, außer diese Fische. Hä? Ohne Inni. Meinst du verliebst du was? Na, weiß ich nicht, was das hier ist. Erzmine von Schulk. Tja. Was macht das Vieh hier hinten? Ja, das haben wir schon gehört, dass es viel Gold kostet. Der Gildenhändler. Gibt es hier keinen Bot oder sowas für die Scheiße. Ja, ich würde auch warten, bis der Wett vorbei ist. Aber ich würde auch gar keinen Preis hinterschreiben. Ich schreibe dann nur Wontosel-Dings und dann gucke ich, was die mir anschreiben. Genau, sieht es aus. Oder du machst einfach 25k. Wenn du vier Stück hast, hast du schon mal 100k. Na, ich habe zwei jetzt. So schon ganz schön viel. Oh, ich habe noch zwei Krabbeler für dich. Und zwar auch zwei Krabbeler für dich. Oh, man. así was minimal 0,33 maximal 75.000 was hat der zu net on fürs ding ungefähr den preis weiß man ey das ist doch eine das ist doch voll die sklaverei was macht dieses sobald weiter weg das gift und sowas ja richtig angelsklave überlege ich mal knapp vier stunden machen wir das hier schon das ist das wahnsinn für einen fisch so viel haben wir gestern nicht mal gebraucht ich glaube das spiel ist kaputt wir haben ja schon den buff und sowas alles na also jetzt hier in der gruppe schon besser angeln 25 prozent musst du überlegen oder viel kommt immer noch nicht das ist schon eine falsche berechnung aber das ist bei den meisten spielen so dass die berechnung nicht hinhaut dann kriegst du dann wenigstens grüne ab und zu dann 25 prozent wäre rein logisch jeder vierte müsste grüner sein kannst du mir gerne geben fürs nächste mal hatten wir das nicht schon mal in uns spiel bist du ewig lange für unten fisch angeln musst ja das war blässt nicht mehr blässt bei jetzt andere ja black desert muss längere da bestimmte fische ja weil black desert musste bestimmte fische angeln daran kann ich mich nicht mehr erinnern aber da habe ich auch fast über 1000 fische geangelt schon krass naja das problem wird eher dass halt die spots langsam ende das ist ja auch noch kommt auch dazu hier ist einer bei mir ist auch einer fisch ja fisch ich ich auch ich immer die selbe scheiße es dauert manchmal so lange du denkst du dir was kommt jetzt da kommt so ein kleiner gammelfisch ich bin gerade bald meine geldstrafe los nix zum verhauen hier nein der kommt auch nur denn wenn er damit nicht regnet es ist schon so ja und da du da wir beide nur noch den brauchen ich war von viel zu abgelenkt deswegen ich habe gar nicht mehr an den fisch gedacht und dann kam er ja ich habe so viele andere köder noch gekriegt für salzwasser an den fisch kriege ich nicht hier nur die ganzen trotz scheiße nehmen wir noch mal ja aber dann weißt du schon mal wie viel köder wir für ein anderes debiet später brauchen so eine kacke ja